Guten Tag. Hey, Harim. Wie geht's dir? Alles klar? Grüß dich. Es ist ja noch nicht so Abend oder so spät, dann nehme ich mal eine Cola, wenn es geht. Cola habe ich heute nicht. Ehrlich? Nee. Pass mal auf, ich mache dir mal ein ganz kleines kühles Berliner Bier. Mach mal was Verrücktes. Ich mache dir mal was ganz verrücktes. Ich war ja verblüfft, ihr habt jetzt eine dritte Liga-Mannschaft in Spandau. Ist halt der Hammer. Ist halt Ruhe zu. Ja, so ist das. Und macht Laune noch? Ja. Wenn du mit den ganzen Ex-Kollegen da rumeierst. Ja, es sind schon viele Kumpels dabei von früher. Das glaube ich. Guido, Benni, Schergo, die alten Kollegen, alle wieder getroffen. Und was sagst du zur Union? Das ist ja auch eine alte Liebe. Ja, da freue ich mich. Jetzt endlich die erste Liga. Die sind gut besetzte Jungs vor allem. Du! Ich meine, was du so alles auf der Bank noch hast und so, im Sturm und so. Ich habe schon das Mannschaftsfoto gesehen. Ich glaube, da war eine Reihe mehr als bei den anderen. Ja. Vielleicht hast du auch noch mal eine Chance. Dreh da mal meine Züngle an. So Karim, ich habe dir jetzt eine halbe gemacht. Das reicht mir schon. Du musst das ja auch nicht ausbinden, weißt du. Aber schön kalt. Ein paar Tipps nach dem Wochenende. Sonntag. Das ist für mich auch eine neue Situation. Ich kenne ja meistens die Mannschaften aus der zweiten Liga. Da kann ich so ein bisschen mitführen jetzt in der ersten Liga. Warte mal, du kannst ja das gerne. Ja. Ich gebe dir mal das und einen schönen Stift und dann kannst du mir immer was drauf machen. Weil wir ja alle verrückt sind, machen wir sonst. Ich zeig dir auch mein Ergebnis. Also wir sind beide auf 2-1 und das wird es auch sein. Heimsieg. Brennt ja noch im Herz, oder? Natürlich, und weh, und weh. Denk dran. Da wird nie wieder einer so viel Tore wie ein Schuss. Geht ja nicht. Die bleiben ja nur 2 Jahre da. So, Yoshi. Ich muss dann wieder los. Danke für alles. Und wir sehen uns im Stadion. Aloha, mein Lieber. Bis dann. Ciao. Häng los, ja? Tschüss. Tschüss.